Alpha, James, Alpha Ja, servus Leute, was geht ab? Euer James Alpha wieder hier und heute reagiere ich mal auf den Song Cadillac von Morgenstern und nochmal einem anderen Rapper. Habt ihr euch ja unten in den Kommentaren gewünscht, ja? Und wenn du dir auch was wünschst, dann schreib den Song gerade unter dieses Video. So, hör mal rein. Okay. Yeah. Uh. Uh. Yeah. Also, Ding ist schon mal geil, so der Anfang, der, ja, Bounce hat auf jeden Fall Bounce, das würde ich an der Stelle auf jeden Fall sagen. Okay. Okay, er wirft mit Geld um sich. Ja, es ist auf jeden Fall ein Poser-Track. Ja, und, ähm, ja, hier ist auch ein Koala-Bär ist es, ne? Ja, ich bin mal gespannt, wie die Hook auf jeden Fall ist. Wobei ist es die Hook? Okay, also die Effekte auf jeden Fall, so von den Drums, sind schon geil gemacht. Äh, das muss ich dir an der Stelle auf jeden Fall sagen. Die Schuhe sind ja krass. Was sind das für Schuhe? Okay. Also, ich weiß nicht, ist das, äh, Nike produziert auch keine so Schuhe, oder? Was ist das für eine Marke? Okay. Ist auch krass gemacht, ist so Godzilla-mäßig, ne? Eher so in den ganz groß dann. Und, ja, ich finde halt, die Halskette passt halt nicht. Also, sein Playboy, Playboy-Fetisch sozusagen. Äh, Beat ist auf jeden Fall geil gemacht. Also, die Produktion. Okay, also der Flow ist relativ simpel, finde ich. Also, ist jetzt nicht so, na, nicht so krass. Zumindest jetzt nicht so vom, vom Flow her. Die Melodie ist geil. Ja, die Ding ist geil. Also, wenn die Kick wirklich hier so mehrmals hintereinander kommt, am Ende vom Drum-Pattern, das feiere ich auf jeden Fall. Das ist gut gemacht. Äh, 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 äh. Krass. Ja, das ist so viel, weil die Ad-Libs sind richtig krank gemacht. Also, die Ad-Libs, äh, solche habe ich auf jeden Fall noch nie gehört bisher so. Also, das sind schon einzigartig gemacht, die Ad-Libs so richtig so. So irgendwie, ist krass. Ähm, ja, auf jeden Fall hier ein neues Videospiel. Was ist das, GTA? Ey. Äh, die Effekte finde ich jetzt schon wieder besser. Ich finde, er bringt auch was Frisches rein. Also, er gefällt mir jetzt gerade hier besser. Äh, geiler Effekt. Geiler Effekt. Äh, äh, mit dem Golfball. Äh. Ah. Succa. Also, so Blasen, oder? Also, irgendwas mit Succa. Succa verstehe ich auf jeden Fall so. Gibt's ja auch im Italienischen. Gibt's nur anschesses, die Car Mikejo machen. Gibt's nur den F chimney. Gibt's nur für andere. Gibt's nur ein bisschen. Gibt's nur einencejhotж. Gibt's nur den Schatten. Gibt's oo-Bit-Gibt. Gibt's nur die Schatten-Anhälfrage. Gibt's nur den Schatten. sehr geil produziert jetzt ist es aus ok, was kommt jetzt noch ah, auch wieder so nur noch so Abspann wie sie so gedreht haben ok, und dann noch Shop ja, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben gebt diesem Video auch einen Daumen nach oben Leute, und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, drückt dazu einfach auf die Glocke damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst und das war es von mir, wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde bis dahin, euer James Alpha